St. Thomas ist eine Insel der amerikanischen Jungferninseln in der Karibik, die zum nicht inkorporierten Außengebiet der Vereinigten Staaten zählt. Auf der Insel befindet sich auch die Hauptstadt des Gebietes Charlotte Amalie. Von 1672 bis 1917 war St. Thomas die wichtigste der drei Inselkolonien im ehemaligen Dänisch-Westindien, zu denen noch St. Croix und St. John gehören. Geschichte vor der Kolonisierung Man glaubt, dass die Insel bereits um 1500 v. Chr. in mehreren Wellen von verschiedenen westindischen indigenen Gruppen besiedelt wurde. Die ersten waren die Zibanie-Entdeckung und Kolonisierung. 1493 entdeckte Christoph Kolumbus auf seiner zweiten Reise in die neue Welt die Insel für Europa. In der Folgezeit wurde die indigene Bevölkerung von den Europäern ausgerottet. Die Insel blieb jedoch jahrhundertelang unkolonisiert, bis die Dänen die Insel im Jahre 1666 besetzten. Zunächst waren es nur einige wenige Dänen, die die Dänen-Westindische-Kompanie 1670 als Handelskompanie entsandte, bevor beschlossen wurde, dass die Insel zu Dänemark gehören sollte. Ab 1672 wuchs die Einwohnerzahl und besonders die Stadt Christiansfurt entwickelte sich schnell. 1691 wurde sie nach der dänischen Königin, der Frau Christian V., Charlotte Amalie benannt. Auf der Insel wurden Zuckerrohrplantagen errichtet. Schon 1688 befanden sich 47 Plantagen auf St. Thomas. Die Plantagen erforderten eine steigende Anzahl an Arbeitskräften, die man als Sklaven aus Afrika verschleppte. Schon 1690 waren zehnmal mehr Afrikaner als Europäer auf der Insel. Den folgenden Aufschwung verdankte die Insel dem Handel mit Rum und dem Sklavenhandel. Von 1685 bis 1693 befand sich auf der Insel die von Dänemark gepachtete Kurbrandenburgische Kolonie St. Thomas. St. Thomas zog viele Piraten an, die in den vielen Buchten unter Schlupf fanden und von dort aus Schiffe in der Karibik plünderten. Die bekanntesten Seeräuber, die St. Thomas besuchten, waren Blackbeard und Bluebeard. Noch 1822 beklagte sich die spanische Regierung darüber, dass Seeräuber ihren Aufenthalt auf St. Thomas hatten, wurde aber vom dänisch-westindischen Gouverneur abgewiesen. Erst 1829 endete dort die Zeit der Piraten. Handel und blühte Zeit die Dänen unterhielten Zuckerrohrplantagen und führten Zucker, Tabak und Rum aus. Damit wurde die Kolonie für 200 Jahre ein wichtiger Bestandteil der dänischen Wirtschaft, die als Dreieckshandel organisiert wurde. Die Densk Westindisk Company erhielt das Recht alles aufzukaufen, was produziert wurde. Als Monopolist war sie verantwortlich für den Handel mit Dänemark. Vor allem entwickelte sich Kopenhagen als Zielhafen der Segelschiffe aus Westindien. Aber auch die damals zum dänischen Gesamtstaat gehörende Hafenstadt Flensburg konnte von dem Boom profitieren. Nachdem 1755 der dänische Staat Dänisch-Westindien erworben hatte, hatten alle dänischen Schiffe Zugang zu den Inseln. Für Dänemark wurde die Zuckersteuer zu einer festen Einnahmequelle. 1790 betrug die Zolleinnahme 6000 Reichsthaler. 40 Jahre später waren es über 10 Millionen Reichsthaler. Gleichzeitig stieg der dänische Handel mit den Inseln stark. Während um 1760 nur drei bis vier Schiffe jährlich die Inseln ansteuerten, waren es ein Jahrzehnt später schon 35 jährlich. Als die südamerikanischen Staaten 1804 den Krieg um ihre Unabhängigkeit begannen, kam es zu einer Blütezeit auf St. Thomas. Weil der dänische König Charlotte Amalie zum Freihafen erklärte, Während der Kriege gegen Spanien wurde der Handel für beide Seiten im neutralen Charlotte Amalie abgewickelt. Allein im Jahr 1804 kamen mehr als 1300 Schiffe in den Hafen und 1820 über 2300. 1839 wurde St. Thomas Stützpunkt der britischen Royal Males Team Packet Gesellschaft. Nachdem die Gesellschaft die Insel verlassen hatte, kam die Hamburg-Amerika-Linie nach St. Thomas. Erst nach 1840 verließen viele die Insel. Am 3. Juli 1848 verkündete der dänische Gouverneur von Stolten die Aufhebung der Sklaverei. Er kam damit einer drohenden Rebellion der in großer Überzahl auf den drei Inseln lebenden Sklaven zuvor. Die Bevölkerung setzte sich aus drei Gruppen zusammen. Die Bevölkerungsmehrheit stellten die aus Afrika verschleppten Sklaven. Von ihnen stammen auch die als Kreolen bezeichneten Mischlinge ab. Diese besaßen einige Sonderrechte. Zur Gruppe der Europäer zählten neben den Kolonialbeamten und Soldaten aus dem dänischen Mutterland noch englischstämmige Plantagenbesitzer und Pflanzer. Verkauf an die USA 1917 kauften die USA die Insel zusammen mit St. John und St. Croix für 25 Millionen US-Dollar, da man befürchtete, deutsche U-Boote könnten sich dort verstecken und Angriffe gegen US-Schiffe führen. Außerdem hatte es einen langen wirtschaftlichen Niedergang gegeben, die USA verfolgten mit dem Kauf ein strategisches Ziel. Sie wollten die Kontrolle über die Karibik und über den Panama-Kanal gewinnen, St. Thomas diente während des Zweiten Weltkriegs als Militärbasis. Seit 1954 ist der offizielle Status der drei Inseln festgeschrieben und ein lokaler Senat wurde eingerichtet, der von den Republikanern und Demokraten dominiert wird. Die vollständige Unabhängigkeit wurde 1970 anerkannt. Gegenwart heute ist der Tourismus wichtigster Wirtschaftsfaktor. Dieser wird begünstigt durch relativ günstige Flüge und eine gute Anbindung des Cyril E. King Flughafen an das inneramerikanische Flugnetz. Innerhalb der USA herrscht nur hier auf den Jungferninseln wie in Großbritannien Linksverkehr. Die Fahrzeuge haben allerdings alle einen Linkslenker, das Straßennetz ist gut ausgebaut. In den letzten Jahrzehnten hatte St. Thomas mehrere Naturkatastrophen zu verkraften. Der Hurricane Hugo wütete 1989 und die Hurrikaner Louis und Marilyn 1995. Klima Es herrscht auf der Insel ein tropisches, mäßig feuchtes Klima. Durch die ständig wehenden Passatwinde herrschen das ganze Jahr hindurch mäßige Temperaturen zwischen 25 und 33 Grad Celsius. Bekannte Persönlichkeiten der Insel Anne Urbanetti Renrod Lehrerin Edward Wilmots Mitbegründer des Pan-Afrikanismus Politiker und Hochschullehrer in Liberia und Sierra Leone, Aktivist der American Colonization Society, Ken Brack, amerikanischer Kriegsheld im Zweiten Weltkrieg und Architekt. Nach ihm wurde das Lied Coming in on Aving and Aprea benannt. Seine Geschichte ist in zahlreichen US-Museen dargestellt. Flavio Briatore baute von St. Thomas aus die Benetton-Ladenkette in den USA mit auf und besaß hier auch einen Nachtclub. Neil Kriegwell Jazzmusiker Ducky Fresh-Hip-Hop-Musiker Kelsai Grammer Schauspieler und Regisseur Emile Griffith Profiboxer und Weltmeister Tahesia Harrigan Sprinterin von den britischen Jungferninseln Julian Jackson Profiboxer Camille Pissarro Französischer Impressionist mit jüdischer Herkunft Jean Toussaint Jazz-Saxophonist Denmark W. sei Anführer eines Sklavenaufstandes in Charleston, South Carolina USA, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine.